Hallihallo und herzlich willkommen ich darf euch grüßen ich freue mich natürlich sehr dass wir am Start sind Ich hoffe es geht euch ja ganz wunderprächtig an diesem heutigen wundervollen beautiful prächtigen Tag Wir spielen heute Timo aber nicht nur irgendein Timo sondern wir spielen Tankmo Und zwar ist der Plan folgender ganz ganz damals uralt schon gab es Tankmoos Ja das ist was ganz lustiges wie ich fand denn man hat diesen kleinen Wolli Knolli hier Diesen super kleinen Charakter der einfach ultra tanky ist der nicht kaputt geht du denkst du ja du haust immer auf die Fresse Du haust so ich frau dich du haust mich ich hau dich du haust mich ich hau mich du haust dich und dann ist aber einfach 3k HP Ja der Plan den wir haben ist also wir haben Tankmoen dabei so ein bisschen ich wusste nicht was ich im blau beziehungsweise im second baum nehmen soll Deswegen wir spielen wahrscheinlich gegen Akali hier müssen wir aufpassen sie hat Teleport und Ignite Und ich glaube Tankmoos ist jetzt nicht so gut gegen Akali weil sie na gut wir können ihre Passive-Auto-Tags vielleicht ein bisschen blocken Aber meistens macht sie die ja aus der Unsichtbarkeit raus was auch wieder schwierig wird Aber ja Was ist das Gift eh Ich habe mir überlegt was für Items wollen wir bauen Rune King ist sehr cool ist jetzt gegen die Gegner nicht unglaublich gut aber Rune King Frost haben wir so der Core Ne und dann können wir immer noch gucken alles möglich alles möglich Toyota Gut das beste wäre wenn wir schon mal so ein bisschen hier 1,2,3,4 Because I'm tanky Ich habe sogar einen Skin gefunden ich wusste gar nicht dass ich einen habe Gut wir gucken mal ich weiß gar nicht wie Grass funktioniert ich glaube das kann man an Minions hochladen Ne ja jetzt geht es hoch Gleich wird das Grün ich spiele sowas nicht Leute ich bin kein Tankspieler So jetzt kann ich das auf sie schießen ne Dann mache ich noch ein Ah ich habe gar keine Scheiße ich habe gar keine Pfeile Ich habe gar keine Oh shit wir müssen echt auf Was ist das Okay also sie hat turbo viel Damage gemacht hat auch viel Damage bekommen aber Ähm ja ich dachte ich hätte Q aber habe ich ja gar nicht und jetzt gleich Ah geh weg geh weg geh weg geh weg Hier Autotech Batz Ja sie kriegt aber auch gut Damage ein bisschen hier ein bisschen da wir müssen aufpassen weil sie wird Eventuell vor mir Level 2 sie hat auch Conqueror Wir brauchen den Blinding Dart wenn wir den Blinding Dart haben können kann sie nicht Dingsen Sie kann da nicht Dingsen Leute Vielleicht noch ein Pfeil drauf schießen ich habe grass ready Komm hier so ja jetzt müssen wir aufpassen Zack Okay jetzt haben wir Level hier und zack grass Da habe ich mich gepfst So wir haben ja auch Flash Sie hat Ignat da müssen wir halt ein bisschen Auge machen aber Und noch ein Ja komm her komm her komm her Und ich bin raus Und ich äh heiß 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 Gar nicht so heiß Ich bin raus So Ignat hat sie weg das ist eigentlich perfekt Also perfekt ist nicht weil wir nichts kaufen können aber Hey sie hat kein Ignat Gut wir haben jetzt auch Flash benutzt aber Und jetzt kommen wir einfach wieder auf Die Kanone Ja jetzt muss sie weg Oh was war das Nocturne das war aber nicht gut Ja vielleicht naja naja ok aber sie hat jetzt hat sie geflasht Ich glaube nicht ne ok wir sind wieder da Wir können wieder Dinge machen Wir können wieder Dinge machen Er darf er da Oh er klaut mir jetzt XP Leute Er hat mir jetzt eine fette Kanone geklaut aber ok Sie wird jetzt wahrscheinlich auch wieder teleportieren Das Problem ist sie hat ein bisschen mehr gefabt als ich Das heißt sie wird jetzt irgendwie Schuhe oder sowas kaufen können Aber so ist das Leben manchmal Die Frage ist was kaufen wir gegen Ich meine die haben schon viel AP Damage Und deswegen habe ich auch dieses Spell Shield Orb mitgenommen Brauchen wir Muffin Wir machen mal einen Punkt in die W rein Mehr Muffin Speed ist mehr Muffin Speed Warum nicht First Blood hier an Naudilus An Naudilus So wir haben wieder Grass Wir müssen das ganz oft benutzen Weil dann kriegen wir jedes Mal So jetzt kann sie das nicht Doch das hat sie trotzdem gemacht Obwohl ich Obwohl ich sie Dings habe Aber hier da kriegt sie ordentlich Damage zurück Seht ihr das Ob ihr das seht Hier Zack Komm noch Gefährlich 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 Hier Quats Nocturne schon wieder Ja okay Also ich finde es jetzt nicht zu schlecht Aber geht vielleicht auch besser Ähm Das Problem ist Dass ich Lebe Hier ist so ein Q Autotech Oh 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 Okay Was ist hier eigentlich los Ich finde es gut dass Nocturne jetzt hier dann so viel gankt Aber Das Problem ist wenn ich bleibe sterbe ich Oder aber ich meine sie hat auch nicht mehr AP Warum sollte ich Warum sollte sie bleiben dürfen Und ich nicht Okay Silas ist immer noch da Der Cloud XP Wir sind einfach super safe Wir machen uns unsichtbar Ne Mir zu der Unsichtbarkeit So okay Ähm Sie denkt jetzt vielleicht dass ich nicht da bin Bin aber doch da Naja gut Ähm So Wir müssen ein bisschen farm Ich meine Kann sie was machen Wir müssen sie auch ein bisschen queuen Weil wenn Brudi geh weg Komm Der Cloud Ich finde es nett Aber ich bin gerade safe Er klaut mir halt XP Also ich Ja Also ich Appreciate Vielleicht sollte ich schreiben dass ich appreciate Aber hier Zack Bam Na ich brauche es gerade nicht So wir können hier ein bisschen farmen Weil wenn er mir XP klaut ist das halt schon harsch Ne Das ist nicht gut So machen wir genug Nein Scheide Ähm Da müssen wir eine Q drauf machen Hier ein Auto attack Hier ein Und Okay hier fahren wir auch nochmal Und nachdem wir Eigentlich darf ich die Wave Aber jetzt ist es eh zu spät Das kann nämlich sein dass ich jetzt die Wave abgefuckt habe Aber mein Gott Leute Wer mehr Geld hat Der kann mehr kaufen Das ist ein grundsätzliches Grundsatzgesetz Ähm Sie hatte keinen Teleport mehr Richtig Ich meine richtig Die Frage ist jetzt also Ein Hextrinker wäre vielleicht cool Irgendwas mit Magieresistenz Wäre glaube ich schon nicht schlecht Ja die Wave ist jetzt echt schlecht Also wenn sie freezen will Kann sie das machen Ich glaube nicht dass sie es macht Oder? Komm Komm Gut was kaufen Ich kaufe erstmal einfach einen Magiemantel Und Einen Gürtel Einen HP Ding Weil Leute ihr wisst Wobei ich hätte auch gerne einen Dark Shield Na erstmal nicht Ihr wisst gegen einen Assassinen Darf man einfach nicht sterben Wer nicht stirbt Der ist nicht gestorben Und Das ist perfekt So wie viel Amp haben wir hierdurch schon bekommen? Plus Äh Steht da gar nicht Aber 8 mal 5 quasi 40 HP Ist das richtig? Ja Ups Das weiß ich nicht So freezen Ja nicht so richtig Sie können also so ein bisschen vielleicht Aber so richtig auch nicht Das passt Das ist noch okay Gut Ähm Minions Sie hat ein bisschen mehr Okay aber Das passt schon Das passt schon Das passt schon So sie hat jetzt wieder Ignite glaube ich ready Da müssen wir ein bisschen aufpassen Anscheinend kann sie ihre Passive Durch mein Hier Passive Bam Because I'm happy Autotech Autotech Ja gar nicht so schlechte Traits Gar nicht so schlechte Traits Ja komm her Komm her Oh shit Das Wort war ein bisschen weird Ja stirbt 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 Schön You don't mess with tank more Leute das ist es nämlich Because I'm tanky Ne du gehst einfach tanky Weil wenn du tanky bist Dann stirbst du nicht Du machst mit tank items Genauso wie damage Wie mit full damage items Ja sie hat Ja okay sie hat auch ein Schild Aber Oh ich dachte kurz ich sterbe An meinem eigenen Pils Äh also ne Leute das ist es nämlich Ich hasse zwar tankst Aber This is it is So teleport dürfte sie glaube ich noch nicht haben Nein Ich müsste meinen 4 year radium Teleport ist nicht gut auf mir Weil ich das eigentlich nie benutze Den ersten teleport benutze ich Und danach nie wieder Kann sein dass sie jetzt von unten kommt Deswegen Oh shit müssen wir jetzt Gas geben Mit dem Puschen hier Komm schon Die Pilze machen leider Oh nice Pilz Pilze machen leider überhaupt kein damage So Wir müssen natürlich gucken was wir bauen Schuhe werden vielleicht auch nicht verkehrt Sie hat jetzt auch Schuhe Ich weiß halt nicht was ich hier mit bauen will Ich glaube wir bauen mal das Also erst mal Wir müssen aber jetzt gucken Dass wir mein tank item Bild fertig kriegen Leute Das bedeutet Wir gehen Das haben wir jetzt erstmal gebaut Weil das gibt mir super viel Rack Alles was ich brauche Und es heilt mich jedes mal Wenn ich damage bekomme Richtig Ja Jedes mal wenn Akali mir damage macht Heile ich mich wie so ein Koloss Und jetzt kaufen wir Rune King Und dann Frosthammer Oder erst Frosthammer Rune King Sowas in der Richtung Und ich weiß noch nicht welche Schuhe wir kaufen Vielleicht Ja mal gucken Vielleicht Mergory Mergory ist immer nett Mal sehen Und Two Three Und Ja komm Komm her Ja hast du dir nicht so gedacht Dass das so läuft gegen mich War Oh leid Ich glaube Nocturne liebt mich Ich mach mal ein Herz für ihn Ich glaube er liebt mich LOL Was passiert Ich glaube er weiß Ich der beste Also es ist nicht mein Duomate Leute Ich glaube er weiß einfach Dass ich der beste Spieler im Team bin Oder dass ich den alten Tankmo Der aus der Prophezeiung Zurückkehrende Tankmo bin So viel Camper dich noch nie Vor allem er ist immer da Bevor der Gegner schon Jungler da ist Das erinnert Aber ich hätte Tobi fair Ich hätte die Akali komplett verprügelt Habt ihr es gesehen Warum? Fragt ihr euch Because I'm Mr. Canoon Oh no 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 Ja steht okay Wir haben noch ein Pop rein Falls gleich hier noch Der Sylinese Kommt der ist 3 0 Oh ich hab auch Aftershock Stimmt Bats So wir machen mal Falls ich nachher escapen will Hier so eine Pilzkette hin Pilze sind nutzend Sloan Weil die beiden hier kein Damage machen Aber ist trotzdem Wir können sie jetzt poken Und am Tower Nett Wir bauen erstmal wieder Grasp auf Und jetzt machen wir den schnellen Grasp Und noch ein Ja komm Kannst du mich nicht fahrten Ja cool Vielleicht kannst du mich fahrten Hier ist ein Pilz Hier ist ein Pilz Ah steht jetzt Ah nein Okay Wie kommen wir weg Schreien Timo No shit Ich hatte die Markierung auf mir drauf Timo rennen Ich hab den Q X-Ram Punkt ins Ding gemacht Das weh gemacht Jetzt rein Timo 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 rennen Doch Ja vielleicht brauchen wir schnell Wir wollen jetzt erstmal Damage Komm Hier Schneller Text Ja shit Da war mein Flash Auch überhaupt bad Weil ich diese Kackteil auf mir drauf hatte Ja Mist Haben wir Teleport Wir haben Teleport Die Frage ist Teleportieren wir Topland Ich glaube ja Aber sonst Ich bin immer so Dass ich sage Hey ich teleportiere gar nicht Damit ich irgendwie mein Team helfen kann Was daraus resultiert ist Dass ich einfach 100 Minuten lang Mein Teleport nicht benutze So wie kommt man ein Control-Wort Wir haben heute einen guten Tag Ich geh weg Du dreckiger Inschuss Oh ich bin voll schnell Stimmt Ich bin voll schnell Tja Durch den Bild Ich bin Tankmo Du kannst mir nix Ich bin Tankmo Ja wie gesonnen So gewonnen Sagt man auch Nice So Rino Leute Guck mal das ist voll gut So Hätte ich nicht gedacht Weil Akali ist schon Akali ist schon so ein Monster Champion Da sind wir uns alle einig Oder Akali greift dich an Und jeder explodiert Aber nicht ich Nicht ich Ich bin aus dem Olymp Herabgestiegen So wir machen noch einen Punkt In die E rein Frage ist Gehen wir weh als zweites Oder Gehen wir weh als zweites Oder Grass Zack Ja das Problem ist Jetzt ist sie vergiftet Ah genau das meine ich Hier ist ein Pilz Hier ist ein Pilz You can not pass the Pilz You can not pass the Wir machen jetzt das Pilzspiel Wir machen das Pilzspiel Ja Wir machen das Pilzspiel Ja Shit Komm Okay aber Läuft gut würde ich sagen Läuft gut würde ich sagen Wie sieht es beim Rest aus Botline läuft überhaupt nicht gut Aber Das Problem ist Gleich kommt der Sylonese wieder Aber ich glaube jetzt gerade unten Unten sind drei Leute Kann ich sie diven Ich muss nur Autotech Pilzkanone machen Ah heiß Das Problem ist Sie wird mich jetzt all die Mäten gleich Wir machen mal hier ein Pilz Backup hin Nicht da durchlaufen Das Problem ist Sie wird mich gleich töten wollen Sie glaube ich Macht nur Ultimator Und sterbe ich Wir sollten shoppen glaube ich Aber sie ist auch About to die Okay wir könnten Leute kommen wir sind smart Wir sind smart Wir sind nicht nur tanken Wir sind auch smart Sie hat ultimate Sie hat vielleicht so gegnert Wir gehen zurück Wir gewinnen die lane Kein Druck Scheiß Den tank drachen hätte ich gebraucht So Schnelle show werden auch cooler Wir machen jetzt erstmal runking fertig Und Seht ihr wie schnell ich bin Das war schon Timo Base Don't Was heißt das Was heißt das Timo Base Don't Was heißt das Achso Ich weiß was es heißt Dass wir das hier nicht machen sollen Weil ich Base bin Das heißt Dass ich bin da Ich bin da Ich bin ready Ich bin ready for take off Ich bin raus Ich bin Ja okay das passt Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Aber ihr Gibt der Akali Jetzt kein Geld Leute Ich bin jetzt bereit Und die Akali Muss basic Guck mal Ich zeige euch jetzt einen schönen freeze Leute das ist ein schöner freeze Wobei näher der freeze wird nicht so schön Ich glaube wir pushen Weil der freeze war kacke Weil alle meine minions einen angegriffen haben Und die gegner nicht Und wir haben ja bauen After demolishing Deswegen gehen wir mal hier Oh lol sie ist noch da Ja hä Hier kriegst du einen mit Ja hä Kriegst du einen mit Komm her Kriegst du einen mit Du kannst nichts Kriegst du einen mit Was du kannst ist Dass du einen mitkriegst Wir machen auch voll guten damage Leute dafür Dass wir full tank sind Machen wir deliziösesten schaden Aber deliziösesten schaden Ich glaube das control Verkaufen wir wieder Brauchen wir gar nicht Wofür Wer braucht ein control board Wenn er die komplette Kontrolle bereits hat Hä Ich glaube wir machen noch einen In smoothenspeed rein Weil wer schneller ist Ist schneller Ich habe mir erstmal Ein bounce mating mit Zack Und nen Grasp Einen schönen Grasp Einen schöner Grasp Bang Das macht halt kein damage leider Die Q Kostet mich nur mana Ein bisschen burst vielleicht So 75 80 burst damage Swiftly Oh lol Ich krieg nichts mehr Oder doch Cool Schön Alter Er liebt mich Ich liebe dich auch Sag ich schon mal Also ich würde es zwar gerne alleine machen Aber Okay 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 Ich mach hier ein Pilz Und rennen Ich bin der rennende Pilzmann Gut passt So Wir müssen jetzt aber unsere Items kriegen Leute Damit wir ein bisschen Wir müssen glaube ich auch unser Team helfen Unsere botlands Das Ding ist Ich habe jetzt die Verantwortung Dass ich das hier carry Weil Ich glaube er will mich töten Er ist auch fett Er ist 6 0 Wir gehen shoppen Wir haben Wir brauchen nur ein King Knock You really You really need to help bot Unsere bot ist halt 0.000 Oder Mitte oder so I'm fine So wir brauchen noch 300 Gold Vollkommen nicht shoppen Vielleicht können wir den Turm machen Das Problem ist Akali kommt jetzt gleich wieder Und er hat Bock Immer noch Man sieht es in seinen Augen Er hat die Bock Augen an Hier ist ein Pilz Du kannst mich nicht ketten Kannst du nicht Ich bin nämlich schnell Hier nimm das Was ist eigentlich Wenn er mein Ult Cloud Komplett useless Oder Oh man Jetzt kann ich Nicht meinen King kauft So ein Kek Schamane Ich glaube Passt auf Wir bleiben Es könnte sein Sie nämlich Dive Wir machen hier den Anti-Dive Pilz Also die Pilze Slauen halt immer noch Ziemlich gut Wir haben ja Teleport Wir können gleich Zur Not einfach Irgendwohin teleportieren Wir müssen nur aufpassen Dass sie uns nicht tötet Das ist alles Aber ich glaube Sie hat auch ein bisschen Respekt vor uns Ein bisschen hat sie schon Sie hat die Respekt Schuhe geladen Na sie ist nicht so Dass sie unrespektvoll ist Hier Und jetzt Rennen 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 Wir haben den noch Dann haben wir glaube ich genug Die drei hier noch Ja mach dein Bait Ist okay Mach ruhig dein Bait Weil ich bin jetzt raus Tschüss Viel Spaß mit deinem Bait So Grundging ist fertig Jetzt noch ein Frosthammer Leute Ein schöner Frosthammer Schöner Frosthammer Wenn man weiß gar nicht mehr Wie eklig Timo ist Weil niemand Timo mehr spielt So ich könnte jetzt Ich glaube wir benutzen Unsern Teleport jetzt mal Nicht für Toplane Weil Da ist gerade eh nichts Ich habe genug Geld Ich brauche gerade nichts mehr So dringend Und jetzt Guys What Bot Deep I can Timo Port Timo Port Botlane Timo Port Timo Port Botlane Geh weg Help Bot I am fine Brudi Ich glaube er liebt Ich muss ihm Korben Korb geben Ich finde es cool Aber das ist zu viel Geh weg Geh weg Geh weg Ich kann I can't kill her alone Was ist denn mit dir Och Brudi Ja sie stirbt Das ist nett Aber Das ist nett Wirklich Aber Ich meine Brudi Ich meine okay Ich kriege jetzt First Tower Das ist nicht schlecht Aber Ne ich mache First Tower jetzt Brudi Ähm Aber wir haben halt Eine 1-6 Botlane Und ich Also ja Never gang Losing lane Und so Wie ist das Ich meine Das ist jetzt nicht Turbo bad Aber ich würde sie glaube ich Alleine auch besiegen Also ziemlich sicher Und ich weiß nicht ob Na gut Immerhin hat Zeit Ist alle killed Das geht So welche Schuhe brauchen wir Leute Oder Toppen wir weiter Botlane Toplane meine ich Pushen wir weiter Toplane Was ist Masse Wir brauchen Ich glaube wir machen Mehr Kühlschuhe Weil die haben schon Ein bisschen Zertil Ja guck uns das gleich Nochmal an Ja hey wer ist denn das Akali Kann ich sie Ich glaube sie kann nicht Immer noch getten oder Because I'm getting Ja guck dir das an Was will sie machen Leute guck dir das an Was will sie machen Komplett free Deswegen sagte ich Der Nocturnal Von das gegen It's full 100% free So Wir pushen hier noch rein Oh wir können einmal da drauf spucken Batz Hey wieso geht es nicht weg Einmal hier noch ein Pilz rein Zack Ah scheiß keine Ohne Ja komm den nehmen wir mit Zeil ist es nicht da Akali ist tot Und ich mach Damage So ein bisschen Geht Ist okay Komm schon Komm schon Do it Den kriegen wir Und dann kaufen wir uns tolle Sachen Schöne Sachen Aber auch tolle Sachen Sie müssen schön sein Aber auch toll Und dann müssen wir Botlane helfen Weil die sind komplett lost Nocturne stirbt Ja Das ist jetzt das Problem Leute Das Botlane jetzt nämlich Alle am hinten sind 1,8 Das ist ein Problem Das habe ich aber auch 100 mal Nocturne gesagt So Gut Was brauchen wir Wir brauchen für immer noch mal Gears Sense Die machen nur Magic Damage Vielleicht bauen wir Wir brauchen aber auch einen Sterax Teilmacher Und wir brauchen Schuhe Wir machen glaube ich erstmal Ähm Das Teil Was für Schuhe brauchen wir Mercurys 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 Leute Die haben so viel CC Absolut Mercurys So Wir sind ja auch tanky Mosey Go top Gin Waslowski Wir hatten damals einen Der hieß Gin Waslowski Der ist kam aus Amerika So Gut I'll scout ahead I'll scout ahead 1,1 B 4,1 1,99 3 Brudi Geht top Habe ich gesagt Wobei gegen top Stimmt ja gegen Akali Oder Und Sylinese Ja Oh du hast es eine Aufgabe Eine Den töd ich Leute Passt auf Ha Und jetzt geht's los Jetzt geht's los Ich bin Timo Du bist kein Timo Ich bin Timo Du hattest schon wieder nur eine Aufgabe Und er hat es schon wieder verkackt Aber ich bin Timo Nice try Ich bin Timo Du bist Tauzi Warum Leute Weil er ist nicht tanky Und wir sind tanky Oh tankdesign Oh tankdesign Wie hoch ist da ein Schaden Ich bin tank Mo Und mach den Articary platt Ich sitze in der Feuerfalle Und lauf einfach weg Und sterbe Ja okay Das war ein bisschen dumm Ja jetzt hab ich aus Ja gut okay Wir brauchen jetzt Frostzimmer brauchen wir Scheiße Das pinkwort Brauchen wir nicht Machen wir als erstes Jetzt hier zack Und dann Kaufen wir uns Eventuell Ich weiß nicht ob wir uns genug heilen Jetzt ist die Frage Heilen wir uns genug Um eine Spirit Visage zu kaufen Le Spirit Visage Heilen uns dafür genug Oder Kaufen wir uns Adaptive Le Helm Das wäre gut gegen Ein bisschen hier Ein bisschen da So So ich push jetzt einfach Botland Wir haben auch immer noch Teleport Genau was ich gesagt Wo soll ich es benutzen Ich teleportiere jetzt garantiert Nicht botland Weil ich hasse Leute Die für so ein Stück Teleportieren Wo die Minions eh kommen Ich Bot einfach Place What Fortyp Ich glaube ich bin Ziemlich strong Jetzt Leute Strong Mo Bin ich jetzt Also ich glaube Also gib mir noch Frosthammer Dann müssen wir gucken Was wir danach bauen Irgendwas cooles Ich bin schon strong Glaube ich Schon ein bisschen schon Am besten Also ich weiß nicht Ob das so wichtig ist Aber irgendwas mit HP Weil Grest macht HP Damage Also je mehr HP man hat Umso mehr Damage macht es So ich gehe mal Ich komme Also ich wäre Also möglicherweise Ich komme mal jetzt Ich push doch weiter Botland Ich bin Toplaner Also so muss ich halt auch Spielen Auch wenn ich gerade Botland bin Immer Love Island machen Quasi Auf den Sidelines So Frosthammer Haben wir glaube ich Jetzt Wie viel kosten Der Bums 900 Sehr gut Das haben wir jetzt So wir brauchen Auf jeden Fall Den Drachen Leute Oh der Nocturk Schon wieder bei mir Der liebt mich Vielleicht sollte ich ihm Sagen Dass ich zwar Also ich habe zwar Auch Gefühle Aber es liegt an ihm Und es liegt an mir Und nicht an ihm Also ich meine So von wegen Ja also ich weiß So von wegen Wisst ihr So Frosthammer Fertig machen Wir machen mal hier Mein Teleport Wort hin Und da eins Für Drache gleich Weil ich smart bin Smartmo Transformation Bin quasi so ein Ja ich Ja Dreifach Schizophrenen Ich wechsle immer meine Zwischen smartmo Tankmo Und Killmo Gut Was bauen wir Ich glaube wir bauen Das Ding aus Gibt es noch Irgendwas cooles Bestimmt Am besten Ich glaube der Stands Wäre mega delicious Und dann dieses Highlighten dazu Oder Ja perfekt Ich muss nur Mein und King drauf machen Und ein Auto Tankmo Freihändig Sehr gut Freihändiger Tankmo Jetzt machen wir Ein paar Pilze Überleben Äh oben ist aktiv Okay Hier ist mein Einsatz Leute No No Dich hole ich mir Ich bin schnell Glaube ich I'm used to be schnell Ist mir egal Hier ist ein Pilz Ich bin Tankmo Ihr könnt mich nicht töten Könnt ihr nicht Leute ich brauche Hilfe Ne ihr könnt mich nicht töten Könnt ihr gar nicht Leider man die unseren Tower kaputt Das nervenbissen Aber ich bin Ich mache Shit alter Ja man Ja der Teleport war maximal Dummos alter Kacke aber wir haben den Dramen bekommen Was solls Also was halt Death Stands wäre glaube ich So halt Wäre halt Tank Und Damage Was sind denn Die besten Damage Items Also so Damage Items Die Damage machen Obwohl man kein Damage hat So was Leandius Und Rune King Zum Beispiel Gibt es sowas noch Rage Blade Vielleicht Ich glaube Er Tag Speed wäre Irgendwie so in der Richtung Stormraiser Nagers Duis Witzend Perfektes Item Für mich Vor allem Ich glaube Witzend heilt Das ist der Heilmodern On Hit Wir gehen oben Wir gehen oben durch Ihr schafft das schon Ich truste Ja okay Ich helfe mal Sind eh alle tot Ne ich muss Oh hier ist ein Wort Ich mache mal das Wort weg Dann habe ich meinen Beitrag geleistet Kriege ich da Geld Wenn ich da hin bin Good Tag Good Abend Solo Also Witzend Weil Witzend ist super geil Klar der Effekt ist nicht ganz so krass auf mir Aber es macht Onnit Damage, mega krassen Onnit Damage, ohne dass es mit AP skaliert oder sowas Und es hat super viel Magie Resistenz Die Gegner haben 2-4 Magic Damage Die haben 3 Full-RP-Champs Dann könnten wir noch einen Heckschminker kaufen vielleicht Ah! Wie viel kostet der Bums? Oh lol, was ist denn hier los? Shit, ich bin mal raus, Leute Tschüss Tschüss, ich bin schnell Ich bin schnell, ihr könnt mich nicht, auch die Laterne brauche ich nicht Ich bin nämlich zu schnell für die Laterne Ja, ok, vielleicht auch nicht Ok, Mann, ich muss jetzt was fighten Am besten im One-on-One, ich glaube, ich bin im One-on-One ultra-strong Ich muss auf die Bot-Land Guys, I I-strong-mo I-bot-mo Ich muss auf die Bot-Land Oder ich verstecke mich hier so Ich will Filze kann man werfen, so Das hier ist das Tor-Dreck Leider, ihr müsst ihr hier durchlocken Ah, ich brauch den Blue-Buff Reporting in One-on-one-two-three-four Der Flug an Bahngleis Was? So Leute, Geduld ist der Glückes Schmied So sage ich Ich stehe glaube ich an der vollkommen falschen Stelle Hier wird nie jemand langlaufen Warum sollte auch hier jemand langlaufen? Knock let me bot please Ich glaube, er wollte Top-Laner werden Kann das sein? Sie ist eigentlich, kann man sie diven Aber ich mach mal einfach den Total Ist mir zu gefährlich, bin ich sterben I'm ready Geh doch weg Was ist mit ihm? Ohne Witz, er ist ein Stalker Let me al- Man, naja Ich meine Burdi Was ist denn mit ihm? Das sind so Leute Die ihn nein nicht verstehen Kann der aufhören damit? Please Was ist das für ein Item-Bild? Was ist die Masse? Naja, der Item-Bild ist okay so Aber Naja, Black-Leave of Knock turn Ja, ich weiß nicht Aber Ja, Leute Was ist denn mit ihm? Was soll ich ihm noch sagen? Soll ich mir kostet Schwitzend Ach, 2, 6 Voll teuer, Mann Soll ich mir vielleicht Feuer? Ja, Leute Was ist mit dran? Guck mal, der ist jetzt weg Und hier Top-Laner Ja, Karlin Ja, komm, ich hole mir die jetzt Aber wir haben ja noch Baron, ne? Stimmt Komm, wir machen jetzt erstmal das hier fertig Und jetzt gehen wir auf Schwitzend So, die kann mir nix, Alter Ich bin Turbo-Magie-Resistenz-Lord Wir machen erstmal den Mist hier weg Wieso kommst du Top-Lane? Ich bin doch grad Top-Lane So, kann jetzt mal Ich muss ja irgendwas fighten Das macht mich hier wild, Leute Drache Drache, Drache, Drache Top-Lane erleben ist ja komplett kacke, ey Du läufst nur von A nach B Um dann wieder nach C zu laufen Ich bin da Egal was geht Ich bin da Ich bin da, ich bin da, ich bin da Ja, Solo Nicht mal Damage gemacht So ne Scheiße aber auch Manometer Wie viel Level da habe ich Aber ich bin gut und voll Ich habe Level 16, Leute Ich habe mega das gute Level 16 16 ist mega krass Ich wurde, ich bin jetzt krass, mo Zack Soll ich helfe hier mal? Heute geht's noch zum Sport Habe ich mega Bock drauf So, man Hier kommt doch bestimmt gleich ne Jinx, oder nicht? Ich muss das nur rein pushen Ein bisschen Wie Farm habe ich 180 So viel Farm hatte ich noch nie So Und jetzt Ah shit Aber jetzt Die werden gleich kommen So Oh, da laufen sie schon durch meine Pilze durch Shit Ich fahre aber dodge Und ich bin dodge, mo Geh weg Ja Mist Ich will nicht so viel Ich will nur einen oder so Oder zwei Aber nicht alle Wenn Nocturne gleich wieder kommt Dann flippe ich aus Ich flippe dann aus Mist Ich glaube, der hat mich gesehen, oder? Vielleicht aber auch nicht Guten Tag Brillebrille Ich bin's Der Tankmo Ja, ich bin's Ihr könnt mich nicht töten Ich geh einfach rein Ihr könnt mich nicht töten Und ich habe Stronghammer Ja, okay Ich bin so slow Sehr slow Ja, zu viele Gegner Zu viele Gegner Zu viele Gegner Du kannst es mir nicht Ja So Ja Ich weiß Oh shit Erstmal den Minion jetzt nehmen Ich habe kein Mana mehr Aber guckt euch mal ihn slow an, Leute Ist der broken, oder was? Ist der broken, oder was? Ob der broken ist, oder was? Du auch noch? Ob das broken ist Hier, komm her Towers, mach mir kein Damage Seit wann machen Towers Der Mensch Wahnsinnig Ja, du machst aber Ja, vielleicht Ja, zu lang Dann noch ein bisschen Vielleicht Ja, nö 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 Because I'm tanking Na, 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 na Voll lang Das Game Man hat mich so lange Games gespielt Ha Hu, hu, hu Ich bin raus Ich bin raus Ich bin noch ein bisschen Da Einmal so ein Auto Tag Noch so ein Auto Ich könnte Flash Auto Tag Man zum Slown Aber ich bin schnell Ich bin schnell Mo Schnell Mo Zack Ich kriege leider keine Kills Weil ich nur immer so 30 Damage Mit Auto Tag Mach Hier so 50 Hier so 50 oder so 5 240 plus 50 Ich glaube wir haben ziemlich delizisiert, oder? One, two, three, four Hier ist ein Sicherheitspilz Habe ich keinen Demolish? Habe ich schon ausgelöst Es wäre gut, wenn wir noch nicht hätten Ich hätte nur noch Bock auf eine Runde Eine Runde fight Ich bin mal raus Ich brauche kein Mana Was soll ich machen? Also ja, nee Ich brauche auch gar kein Mana Ich bin eigentlich Brauche ich nur Auto-Tags Ich bin trotzdem Mein raus Ich bin noch mein Stütz Endbauen So, jetzt letztes Item wäre Ich glaube jetzt noch ein Death Stands Dann wäre ich unzerstörbar Und würde mich pro Sekunde um 1000 Kilowatt heilen Kilowatt Newton, glaube ich Hier, wie oft haben wir das geprockt? 40 Mal Wie viel HP ist es dann? Viel 200.000 200.000 HP Cool Ich komme Cool, das mache ich jetzt Ich kläre das Ich bin der Klärer Ich habe Flash Ich habe Bock Ich habe alles ready Komm Ich komme Ich komme und erkläre Shit Hier ist ein Sicherheitspilz Nice, 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 nice Nice, nice, nice Ja Ich mache halt nur Sustained Damage Das ist das Problem Also Ich burst heute niemanden Aber ich sterbe halt nie Guten Abend Guten Abend Ja, okay Hast gewonnen Der Laser hat es mir gegeben Ja, wir müssen jetzt Ja, wir müssen jetzt Senden Leute Oder ich komme Ja, feilt mich nochmal Komm, 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 komm Ja, 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 komm Okay, cool Äh, ja Insane Hier, da stand Das sind die true legendary one Ich glaube, die meinen mich Cool, war eine schöne Runde Tankmo broken, Leute Auf jeden Fall maximalus broken Was habe ich hier alles offen Because I'm happy Because I'm tanky Da wisst ihr, woher ich den Album habe Ähm, wie mache ich das anders hier Was habe ich denn hier anders Das ist so verkackt So Zack, sehr gut Das Ding hier geht nicht weg Nice bug, bro Ja, ich honoriere ihn schon Aber er hat doch ein bisschen Naja Ja, er wieder ist seine Gefühle, oder? Ja, war schön Wie viel Damage haben wir wahrscheinlich nicht so viel gemacht Aber es war nett, Leute Es war nett Was soll man sagen? Es war nett Ja, dafür, dass wir full tank sind Warte, guck mal Er ist Damage-Dealer Wir sind full tank Ja, gut War eine schöne Runde Ich hoffe, es hat euch gefallen Auf Wiedersehen Goodbye Bye, und tschüss Miau, miau